Videoaufnahmen vom Hafen von Aqaba im Süden Jordaniens. Beim Verladen eines mit Gas gefüllten Containers kommt es zu einem Unfall. Der von einem Kran hochgehobene Container fällt herunter. Giftiges Chlorgas strömt aus. Mindestens 13 Menschen kommen nach offiziellen Angaben ums Leben. Mehr als 250 weitere werden verletzt. Der südliche Teil des Hafens wird in Folge evakuiert. Laut Behörden besteht keine Gefahr mehr, dass das giftige Gas angrenzende Wohngebiete erreichen könnte. Nach Angaben der Hafenbehörde riss offenbar das Halteseil zwischen dem Kran und dem Container. Der Hafen von Aqaba ist einer der wichtigsten am Roten Meer und der einzige Seehafen Jordaniens. Über ihn werden die meisten jordanischen Importe und Exporte abgewickelt.